Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei FOP Gaming. Ich hoffe es geht euch allen gut und heute spielt Frederik mal eine Runde Notruf EJ2. Ja, herzlich Willkommen und das machen wir heute mal als, ähm, sozusagen bei der Drehleife. Als Angriffstropfführer. Ja. Ich muss sagen, ich hab, ähm, lange nicht mehr gespielt, also nimmts mir nicht so, wenn ich irgendwas falsch mehr mache, weil ich schon wirklich lange Jahre, wo ich das letzte Mal gespielt hab. Genau. Muss ich mir erstmal alles gucken, wo es hier überall ist. Hier ist die schöne Wache. Machst du den Wechsellader, Robin? Äh, ja. Der ist doch WLK, ne? Wie bitte? Der ist doch WLK. Ja. Da kommen die Einsätze für... So. Einmal über die Brücke gehen, gucken, was hier draußen ist. Und... Vielleicht hören wir mich gerade jetzt besser. Gucken mal. Gucken, was für ein Einsatz kommt. In der Zeit setze ich mich nochmal hin. Also... Und... Ja. So. Wir können uns ja auch einen Kaffee machen. So, hier. Schönen Kaffee. Ach, da hat ja schon ein Kollege einen vorbereitet. Naja. Ich trinke jetzt erstmal... Ach, da ist aber auch schon der erste Brand. Kleinflächenbrand. Als... Mit einem... Tanklöschfahrzeug. Dann starten wir jetzt erstmal. Achtung! Brandschutz! Kleinflächenbrände können ja auch immer gefährlich werden. Einsatz für... T-L-F-2. Wir können sich ja auch sehr schnell auspfeilen. Wir können sich ja auch sehr schnell auspfeilen. Ja. Muss man alles tun. Ja. Muss man alles tun. Ja. Mein bester Freund. Ja. Aber auf jeden Fall fängt er nicht immer an zu fällen. Verlust. Weil vielleicht sehen wir ihn da. Und wenn wir ihn nicht aufsteuern. Verlenkt einfach so aus. Und dann... Aber er fährt immer... Wir kommen immer halt da an. Genau. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Und... Und... Das ist das Wichtigste. Dann fangen wir jetzt mal hin. Dauert ja ein bisschen länger die Fahrt. Sieht so aus. Ja. Vielleicht ist das wieder zum Neubau. Ja, da ist er auch schon. Bei Hitze im Sommerfall. Ja, aber jetzt. Dann geht es schon noch. Oder Schnellangriff. Schnell raus. Dann fangen wir an. Wenn wir uns lecker schon das Ding, werden wir ihn jetzt erst mal löschen dürfen. Und nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support von diesen Videos. Ich weiß nicht. Was für H? Genau. So viele auch. Neun Tage. Neun Tage. Ja. So viel haben wir echt nicht damit gerechnet. Heute, äh, also später kommt, äh, noch ein Video mal vom LKW Simulator. Eure Tor. Ja. Also Eure Tor. Genau. Und. Mal gucken, ob ihr das auch cool findet. Ja. Auch nicht. Ja. 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 Okay. Ja. Ja, schon. Ja. Ja, das ist halt überträglich. erst mal nach oben es ist muss man unbedingt lassen Ich würde sagen, in der Zeit können wir noch ein bisschen erzählen. Robin, wird dir denn gestern die Forelle geschmeckt? Haben wir ja gestern erzählt in dem gestrigen Video. Wir waren gerade auch wieder angeln und gleich müssen wir noch Holz stapeln. Dann kann ich es immer gut haben, ne? Ne. Die Anfahrt ist immer ein bisschen lang. Äh, ach so. Funken muss ich noch natürlich machen. Mh? Mh. Äh. Es aussieht richtig. Äh, richtig. Zentralweiß. Die Anfänger einsetzt immer sehr. Genau. Ja. Kann ja auch noch was machen. Jetzt machen wir die Gedanken. Ach. Ja. Vorhin sind ja auch noch Grundgeräte. Ja. Zeig mal ein bisschen was. Ja. Das ist klein. Das ist ja auch das Mikrofon. Genau. Und. Ja. Warum macht man das Mikrofon? Macht man ja Reisezölle und so an. Ja. 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 Das hat ja gar kein Lichtmaskrum, ne? Ne. Ja. 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 Mensch, warum macht das schon wieder aus? Komischerweise? Gucken wir mal das wieder anach. Das macht denn Werner immer? Er macht immer das Licht an. Äh. Ja. Geschmack macht das dann auch wieder aus. Na, Werner. Hey, guck, jetzt hat er schon wieder ausgemacht. Das hatte ich gerade getrunken. Werner, Werner, Werner. Warum steht der denn da jetzt? Ja. Leute, wir machen eine Wette. Und lasst du, Werner? Lasst Brot. Also leitet eure Videos weiter. Wenn Werner das Licht anmacht, werde ich sagen, jetzt. Und zwar genau jetzt. Jetzt macht er es an. Ja, guck mal. Alles perfekt abgepasst. Einsatzbericht ist auch wichtig. F2. Äh, 2. Jetzt gucken wir mal, wann der nächste Einsatz kommt. Und zwar ist er früher als, ähm, der Fahrantrische führer. Genau. Sehr cooler Job. Oder wollen wir mal, ähm, als Eintrittsleiter fahren. Wollen wir das Licht aufmachen? Ähm. In der Feuerwache. Du bist zurück. Nee, nee. Da ist die Zentrale von... Nur du heute zwei. Genau. Ja. Wir gucken mal, wie lang das Video heute geht. Wahrscheinlich werden wir noch so einen Einsatz machen oder so. Und dann kommt später noch ein Video, da musst du gleich runter. Ja. Ich werde da direkt stehen. Gucken wir mal nach draußen. Ach, und da ist auch schon das erste. Ähm, der Leiter fährt. Ist der das Fahrzeug? Nee, ne? Heimrauchmelder. Genau. Achtung. Brandschutz. Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für... für... ELW. LF24. Ja, das ist alles der Ersatzwagen. DLK 2312. TLF 1. RTW 1. Ja. Schon. Ja. Ich drehe mir erstmal die Tälte zu. Genau, wir spielen das halt nicht so oft und deswegen müssen wir das jetzt erst suchen. Verzeiht uns. Denk dran an den Funk. Gerne geschild. Und das wird dann auch der letzte Einsatz sein. Das coole ist, habe ich auch schon mal gespielt, du kannst einen durch den Weg gehen, da steht jetzt oben rechts unter diesen Dinger zum Beispiel. Und wenn da ein Einsatzort ist. Und wenn da ein Einsatzort ist. Und wenn da ein Einsatzort ist. Ja. Ja. Mal gucken. Aber dort besitzen nichts. Aber diesmal ist das nicht am Supermarkt. Der hat auch schon öfters mal gefackelt. Der macht's auch wieder mit Gedanken. Nee, ehrlich gesagt. Stimmt. Aber die Hände befinden sich nicht. Ja. 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 Geh. Na, da steig ל�ist du mit erstmal von dem Hilfen. 永 Integrals. Geh daama rein. So jetzt hör manchmal bestimmt auch was kicked. Ich hör's nicht aber, ich brauch das immer mal zu gehen. Da ist es nicht. Da guck man, der geht schon mit dem, der wandelt. Ich hör aber gerade auch sowas plüsen. Oh coole, da macht die Tür doch kurz. Da unten stand. Alles gut hier soweit? Willst du den vielleicht kaputt machen? Hallo? Äh, guck erstmal ob... Geh doch erstmal durch die Türe und guck, ob es brennt. Hier ist nichts. Warum machen die den denn nichts aus? Auf die Tür auch nicht? Oh nicht. Oh nicht. Auch nichts. Was machen die denn das jetzt aus? Muss denn das Befehl geben? Oder... Was ist denn... Oh! Ah warte, machen sie jetzt. Ja guck. Ja guck. So, dann gehen wir an die Tür wieder. Die sind sehr gefährlich. Ja... Sehr gefährlich. Und das war's auch heute mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.